Musik Gut So Dann kommen wir nachher hier raus Aber hier werde ich noch eine Spezialeinrichtung machen Als hier dann so ein Pistenaufgang noch Pistenaufgang sag ich schon Ein Pisten Eine Pistentür sich öffnet uns So Sich uns öffnet natürlich Laut der korrekten Grammatik So Dann verschönern wir das hier mal eine Runde Falls das überhaupt geht So Und ich herrschwirrte Tüte da draußen Das ist einfach noch weg hier Beziehungsweise hier so Perfekto Blanco sag ich da mal Und das 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 Weg Noch an Steinen Äh Ah Gott sei Dank Ich hab doch Ich hab kein Dirt mehr Ah gut Wenigstens was Aber ich glaub das geht sich mit dem Stack hier auch nicht aus Und wenn ja dann Glück gehabt Aber ich glaub's ja nicht Dass hier dann irgendwie doch ausreichen sollte Aber es Scheint fast so Dass ich das aus Ginge Na ja Na ja Schaut ziemlich besser aus Aber Gut Es sieht besser aus Ja ich mach hier nochmal Zwei frei auf der Seite zusätzlich Oder Wie mach ich denn das Ne es passt schon so Dann müssen wir aber noch hier ein bisschen Erde wegräumen Irgendwo Ich will jetzt nicht nochmal rauf rein So das steht doch schon Angepasst Dafür aus Gut Weil das hier wird irgendwann mal Alles mir gehören Alles mir So dort haben wir jetzt wirklich Nüsse Ah ich brauch das hier auch noch So Hilft nix Das brauchen wir alles Ähm Genau dafür Ein Dirtblood noch irgendwo zum hinklopfen Und zwar hier So Gut Dann haben wir mal hier so einen Eingang Nein offiziellen So hier und hier oben Oder hier und hier besser So Das hier ist jetzt mein offizieller Eingang Sehr schön Gefällt mir Da muss ich aber die ganze Wiese glaube ich hier mal Runtersetzen Und das wird noch viel Arbeit Aber ich kann ja damit schon mal teilweise anfangen Außer ich mach hier dann Treppen Auf Eine Art Plateau Mal gucken Ich hab nicht mehr hier vorne einen Zaun weg dann noch zu machen Hm Aber dann spare ich mir hier auch noch den Stein vielleicht Nein mal sehen Mal gucken Mal gucken Sag ich dann mal So Das hier weg alles mal Ja Ja die Höhe kommt sehr gut in Frage Die hier ja Da muss ich halt den Rest zumachen aber Egal Bauprojekte müssen dann natürlich in dieser Form auch existieren So Dann mach ich das Ich hab jetzt nochmal 30 Dirt hier Vielleicht kann ich das dann noch irgendwie auch abändern nochmal Hm 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 Ach komm schon Ich lass das jetzt hier Okay Okay das hätte ich mir echt ersparen können Aber nein gut so Dann lassen wir es wie es war Mach das nochmal weg alles Und dann den Knoten da oben auch So Hat zwar ein bisschen aua aua gemacht aber Who care Who cares Hm Feuerpfehl ist mir besser ehrlich So Na komm Besser Das war nicht besser wie vorhin aber okay Das ist okay Gut Dann gehen wir mal zurück hier rein Und hier glaube ich reicht es wenn ich nur Fackeln rein mache Dann machen wir das hier auch noch geschwind schön hier auf der Seite Aber im Weizenraum brauche ich das eh noch nicht tun denn Die Wahrscheinlichkeit dass ich den nochmal umbaue ist sehr hoch Ah hier drin ist auch noch was So Sieht doch gleich besser aus Gut Was habe ich denn hier noch zum Ablegen Melon habe ich noch immer keine Oder Habe ich Melon Ich weiß es gar nicht Ne habe ich nicht Ist ein bisschen kacke Aber naja Was hilft es denn Ich werde nochmal hier ein bisschen aussortieren gerade eben Und dann werde ich das nächste angehen Ne Hier 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 Und die Steine wieder hier rein alles Ich wollte dass es echt nicht hier hoch geht vorhin Aber ich hole auch mal dann die ganzen Dinge hier raus Und nochmal 6 Code irgendwo nachgelegt So Dingelingeling 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 Und Dingelingeling So Nein Aber das hier So Hier nochmal Ah hier habe ich Fackeln reingegeben Und 15 Diamanten haben wir Okay Wusste ich nicht 3 Stecks Eisen Sehr schön Haben wir hier noch irgendwas relevantes Ja Weizen haben wir noch Und Ding haben Und ganz viel Essen haben wir auch noch So Machen wir Aber mich wundert es nicht erst Auf nach oben geht Wo die leeren Stellen sind Aber Hm Egal Mal gesagt So dann nochmal Ja jetzt ging es komischerweise Naja Ich werde nicht schlau draus aus dem Spiel Ähm Ja Passt 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 Haben wir alles Sehr schön Gut Gehen wir mal ins Bett Und dann Ja was machen wir dann Who fucking knows Hier oben ist es trotzdem noch immer ein bisschen leer Und hier mache ich mal Ne Die Fackeln lasse ich noch Denn die Klosens habe ich ja nicht dafür Ich wäre jetzt glaube ich Habe ich ein Höllenportal schon Ne Gut dann werde ich hier mal in die Hölle gehen Mal schauen ob ich nur ein Ding hier habe Ich werde natürlich dann jetzt meine Spitzhacke hier lassen Und habe ich Obsidian 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 Ne Okay Oder habe ich das schon irgendwo gebaut Ich weiß es gar nicht mehr Ähm Nope Habe ich nicht Aber ich werde mal das ganze Weizen hier ernten Dann werde ich wohl Wohl oder übel mal Eine Runde Obsidian holen gehen Und zwar offscreen Denn das ist jetzt ein bisschen weiter weg Oder ich werde mir dann einfach gießen Mal schauen Denn ich habe eh Lava Über Lava Ne egal ich hole mir schon Obsidian bis gleich So Da sind wir wieder Haben Obsidian geholt Und wir werden jetzt ganz normal hier dann fortfahren Ich habe mich auch extra auf die gleiche Auf die gleiche Stelle gesät Gestanden Ah Gesehen Sag ich schon Gestanden Weil ich jetzt sehen wollte genau Gestanden weil Ja Weil es einfach so lustig ist Dass ich einfach Obsidian holen kann Mir nichts dir nichts Ohne Cheat Versteht sich natürlich So Feuerzeug habe ich sogar dabei Das bietet sich doch sehr schön an Wo ich das Obsidian Portal hinbauen werde Wahrscheinlich gleich hier neben Aber ob das jetzt Dann wirklich so eine gute Idee ist Ist eine andere Frage Aber Ich würde mal sagen Egal wir bauen es hier rein Und zwar Einmal Okay das war jetzt schon mal Fail Das war jetzt schon mal Fail Ich brauche meine Dia Spitzhacke Oder war es Fail Ja Natürlich So Dia Spitzhacke Zwar mit Glück Aber naja hilft dir nichts Dann hole ich die Baue den Obsidian schnell ab Und Eins dann nehmen Hätte ich die nämlich bauen müssen Nicht Genie Aber naja Diese Welt war mir noch nicht Nur in der alten Welt Falls man es nicht gesehen hat Noch von euch Unbedingt nachholen Das alte Haus war auch toll Hat mir zwar ein Funken besser zugesagt Ehrlich gesagt Aber naja Was will man denn machen Wenn einem das Haus abhanden geht Beziehungsweise die Welt Ähm Wie war das denn nochmal Ich vergiss das von das ein auf das andere Mal wieder Typisch Ja so war das genau Passt Doch Perfekto Naja Ich hole mir nochmal zwei Obsidian Später Und Wahrscheinlich sieht das jetzt nicht aus Habe ich eh hier In der Kiste noch Glaube ich Hoffentlich So Ne Da ist kein Obsidian Aber ich kann ja mal das weg machen wieder Und aus den Hälften Wieder ungefähr aus der Hälfte Halt wieder Brote machen So Hab ich 22 Brote Gut 25 Brote Dann machen wir das hier nochmal rein Haben wir wieder genug Essen Ähm Obsidian Wo war der Ah hier Okay Okay Dann war der halt hier Und So Sub Und Stein brauche ich noch Einen Stein Ah Stein war hier hinten Genau Einen Single Stein Dann haben wir ja hier So Dann machen wir das wieder so voll Egal Wie auch immer So Weil man das dann besser Ohne Inventarmod Da reinbringt Ganz einfach So Und Portal anzünden Perfekt Passt rein Schön So Glücksspitzack Es liegt wieder drinnen Sonst hab ich alles mit Passt Dann ab ins Nether Habe ich mal gesagt Für eine Runde Runde chillen im Nether Na was sagt Die Landschaft wird heruntergeladen Okay Wow Ich hab gedacht Ich fall schon ins Nichts Oh mein Gott Ich mach mal ein Waypoint Portal Geil Und der Nedder Der leckt Wie Sau Ja das weiß ich gar nicht